Nein, wir haben schon wieder einen neuen Killer. Wahrscheinlich hat er auch wieder diesen Perk drin. Ja, aber ich habe ihm die Palette auf die Schnauze gekaut. Ich habe ihm die Palette auf die Schnauze gesichert. Richtig schön, so wie sie es ist, ja. Der bringt... Es ist halt eigentlich schon geil, wenn du diesen Perk hast, na? Ich habe ihn voll verarscht. Jetzt habe ich richtig... Der hat Bamboozle. Was ist der jetzt hin? Ich check's nicht, warum bist du jetzt weg? Du musst aufpassen, der hat Bamboozle. Gut, gut, dass du es gesagt hast. Hey, und gut, dass ich nicht weiter geloopt habe bei der Killer-Check, weil sonst hat er mich jetzt erwischt wahrscheinlich. Ist der hin? Ich bin jetzt auf der anderen Seite, wo ich angefangen habe. Da müsste doch eigentlich eine Chance sein hier. Ah, hier ist einer. Ich habe einen Frederick! Wolltest du, wo der Killer ist? Ich habe absolut keine Ahnung. Der war hier, aber der hat anscheinend dagegen gepoppt. Oder haben wir ruh ihn? Oh, wir haben ruh ihn. Der Scheiß-Zombie ist schon wieder da. Komm her, Zombie, komm jetzt her. Komm jetzt her, komm. Komm, ich haus dir auf die Schnauze. Ah, tschüss. Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, da hinten ist... Nein. Bitsch-Slapp, Bitsch-Slapp, Bitsch-Slapp. Oh yeah, Bitsch-Slapp. Der ist immer noch hinter mir. Hilf, Radarick. Hände ich noch an. Fahr nicht. Scheiße. Hört mich gleich. Oh, wieso habe ich nicht dead hard gemacht? Ich hätte hier. Kommt mir jetzt gerade erst. Fuck. Mein Gen ist nämlich fast durch. Das ist halt, wenn du nie mit dem Perk erspielst, dann denkst du da immer nicht dran. Ich würde jetzt immer den Wüste und den Interaktivieren. Dann bist du einfach nicht gewohnt. Ist er bei dir? Warte, Röger, Slapp. Du kannst mich abhängen. Wow. Ich komme. Aber er hat nicht geschafft, mich zu infizieren. Das ist schon mal gut. Kannst du mich auch gleich halten? Jetzt ist er auf Stufe 2. Oh, oh, weg. Blend ihn, blend ihn, blend ihn, blend ihn. Ich will ihn aber nicht blenden. Auch, blend ihn mal. Dann bleibt er eh nicht stehen, Alter. Jetzt weiß der Killer-Wug ist hin, weil er ständig... Oh, Leute. Oh, fuck. Oh, diese Zombies, die kommen überall rein gerade, ey. Scheiße. Ah, hier ist kein Basement. Das ist gut. Cool, das ist hinter mir. Perfekt. Und er hat vorbeigeschlagen. Ich glaube, der hat nörst es. Oh, scheiße. Ich verpiss mich jetzt mal. Es wird mir zu heiß. Ja, die anderen machen wirklich nichts. Also wirklich gar nichts. Was mein ich denn? Ich sehe es ja. Oh, er slappt die anderen schon wieder. Das ist hinter mir, ja. Die Moonwalk, die ganze Zeit bloß. Ganz toll. Ganz großes Killer. Damit hat er jetzt nicht gerechnet, dass ich für uns längere renn. Weil er jetzt so viel Zeit im... gestohlen. Ich höre die ganze Zeit was brennen, ey. Obwohl überhaupt nichts ist in der... Voll komisch gerade. Ich frage mich echt, wo dieses Tor denn aus? Ich habe es bis jetzt nur wechselt. Ich glaube, das ist irgendwo im Ausgang. Ich mache jetzt die Shame. Da hinten war's. Ja, da wollte ich hingucken, aber das habe ich nochmal richtig gesehen. Da ich gejagt wurde. Hast du das weggemacht? Ja, warte mal, ich war gerade beschäftigt, sorry. Ich habe versucht, mich auch schon ewig zu erwischen, das ist auch geil. Also eigentlich müssen wir es so machen, Freddy, wir müssen es so machen, dass der Tiller eigentlich die anderen jagt. Weil die machen eh keine Chance. Das heißt, wenn wir jagen gehen, ist es eigentlich umsonst. Wenn er die anderen jagen geht, machen wir wenigstens Chance. Wie lange der mich jetzt schon jagt, ey. Oh Gott, come on. Basti, let's go. Die anderen machen gar nichts. Okay, Mannschung ist durch. Ich hoffe, dass Mutti gut ist. Immer noch hinter mir, ja. Ich höre den Killer, weil ich so. Er hat disconnected. Also wenn du es schaffst, jemanden zu disconnected, dann musst du ihn schon ziemlich angefristet haben.